ist ja quasi wie wir es am anfang hatten egal hat nicht funktioniert das war knapp komm auf meinen rücken da kann ich mich hier teilen so ouch oh was ist das hier ein secret room so also wenn das so bleibt mit dem schwingen und so dann habe ich den dreh ein bisschen raus vielleicht auch gott müssen wir auch noch schwimmen so 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 Leichtraum. Hmm? Ne? Geht das noch nicht, weil hier oben ein Schloss ist? Wir gehen erst mal hier hin. Kapitel 2, Versteckspiel. Ähm. Oh, was ist das? Kapitel 1. Ah, das ist hier quasi unser... unser Zwischenlager. Also, ein Vogel ist aus dem Nest gefallen, aber er schien geschubst worden zu sein. Guck mal, da ist was Rotes links. Dort ist dieser rote Vogel im Hintergrund. So, und dann wurde der kleine Vogel gefangen genommen von bösen, bösen, bösen Krähen. Raben. Und die haben wir noch nicht aufgedeckt. Die müssen wir doch aufdecken. Hier kann man... Es ist nämlich hier wie so ein Aufzug. Aber das funktioniert nicht. Wir können entweder hoch oder runter fahren, aber... Da ist ein Schloss. Da ist... Da ist... Wir müssen wahrscheinlich erst hier rein. Kapitel 2, Versteckspiel. Nehmen wir... Ich hab zu langsam gelesen. Das Spiel hat sieben Kapitel. Das ist gut zu wissen. Die Frage ist nur, ob die Kapitel alle gleich lang sind oder ob es da Unterschiede gibt. So ungefähr. Das war die Kapitel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oder um dort oben hinzukommen. Haben wir es vermasselt? Komm mal. Wir müssen es noch mal probieren. Hier oben geht es nicht drüber. Ähm, wie wollte ich das jetzt? Also wir machen das so. Nicht so tief. Ja, wir haben das eingesammelt. Was auch immer das ist. So. Er wird geschafft. Also, Abschnitt. Geschafft. Das sind die bösen Jungs. Oder Männer. Joko mal. Ich springe auch noch genau rein. Äh, Nina. Also ja, man kann in dem Spiel sogar sterben. Nein! Soll ich denn da drüber kommen? Okay. Ah! Jetzt bin ich... Wieso... Jetzt geht's nicht mehr. Ja. Sag mal. Ja. 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 Gut. Ja. Entschuldigung. Wir sind jetzt in der Sackgasse. Soll ich... Hä? Oh, ich muss... Okay. Ich muss mit einem schwingen. Okay, also... Ah ne, hier können wir eigentlich runter. Hier ist ja unser Punkt. Gut. Oh ne, das war falsch. this war falsch. Okay... jetzt caren wir das. Jetzt kommt das. Wie komme ich jetzt da rüber? Schwingen? Geht ja nicht. Oh je, Franzi. Ah, Susi hilft aus. Das macht ja so auch keinen Sinn. Dein Ernst? Nein! Jetzt ist unser Band verwurscht. Können wir das bitte rückgängig machen? Ah! Jetzt habe ich ihn genoten. Ja, es war ja nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Es ist schon ein bisschen traurig, ne? Es ist immer dunkel. Was ist da hoch? Muss ich kommen. Hallo, Tauben! Hallo! Das sind wir, oder? Da hinten. Das sieht aber ganz schön unrealistisch aus, dafür, dass der Rest so schön aussieht. So realistisch. Schwingen, oder? Muss überhaupt einer von uns da hoch? Immer muss er sich beschweren? Ja! Ich bin eine Mecha-Oschi. Wir hätten gar nicht hier hochgegeben müssen, übrigens. Das war nicht gut. Das geht gut fahren. Das geht gut fahren. Ja? Ah! Ah! Ja, ist so einfach. Oh. So, da drüben ist blau. Heißt es, da drüben kann nur blau ran? So, da drüben kann nur blau ran? Das bringt nichts. Ähm. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Erst mal einen Schluck trinken. Wir müssen hier schwingen, oder? Wir können ja nicht schwingen. Wir müssen hier weiter? Vielen Dank.